So, play like a legend. So, der Zurückroche ist doch okay. Oder haben wir jetzt schon? Kann Roche jetzt endlich mal eine schöne Uhr kriegen? Der Arme. Hä? Was soll das sein? Gölftasche. Äh, der Gölfter schau mal sowieso. Hier. Hier, eine schöne Uhr. Der Gürtel hat sich ja. Wo ist denn dein Gürtel hin? Boah. Ich bin erschrocken, ey. Auch wenn wir nicht gewonnen haben oder sowas. Der Gürtel brauchst du noch nicht verkaufen. So weit ist noch nicht. Unter der Brücke müssen wir noch nicht pennen. Oh. Guck mal, Zweihandschuhe. Dann kannst du den anderen für deine Frau nehmen. Weil Roches Frau ist ja Bogenschützin. Und die braucht auch immer bloß einen. Aber das hatte ich ja schon gesagt, die teilen sich nochmal ein. Kopfbedeckung. Kopfbedeckung. Was war das denn? Herrenvisier. Da siehst du ja aus wie... Da siehst du doch aus wie... Wie hier so... Wie so einem alten Film mir die die Buchhalter oder sowas, ne? Die die Pferde hätten annehmen, oder? So. Nee. 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 Gottes Willen. Nee. So. Charakterkopf. Unser Charakterkopf verstecken. Brauchen wir nicht. So. Zurück. Weg. Was mit meiner Karriere? Meine Karriere. Äh. Wo ist denn... Der hat mir doch eben schon mehr Geld angezeigt gehabt. 96 Löcher. Fellowship. Offen. Open. Naja. Also wenn der Ball nicht im Wasser landet, der fresse ich auf fünf Besen. Profigolfer. Ach. Entschuldigung. So. Aber da soll man gleich... Ah, der macht ja. Eigentlich müsste ja klappen, ne? Er klappt nicht. Muss ich doch die Maus nehmen. Ja. Ja. Tschuck. So. Aha. Auch wieder. Es sind immer zwei Runden. Gucke, dass wir da ein bisschen... Langsam mal ein bisschen... Schlagvorschau. Wer wie denn? Im Übungsschwungmodus R drücken. Ich hab ja kein... Hab ich R? R? Wo hab ich... Habe ich R? Ja. An meinem... Mauspad. Mauspad. Ist ja kein Mauspad. Nicht Mauspad. Gamepad. Oder... Wie heißt das? Controller. Ich hab so einen... Äh... Ja. So ein Xbox Controller. Das dritte Turnier und wir haben noch keins gewonnen, das würde ich immer so sagen, aber... das helga roche und helga unser dream team soll mal sehen wie das hier wird 441 jahr insgesamt ach jetzt will er wieder so jetzt jetzt kann ich mit meinem controller spielen ich hoffe dass ich diesmal nicht so viel rum wackele mit dem daumen scheint gut gegangen zu sein erst mal da muss ich hin 154 jahres so das muss reichen vorriss wieder die scheiße immer wieder hoche halt durch schön dass sie immer schon klatschen er fühlte die viel zu weit weg mit testen Wäre vielleicht schön, ob jemand weiß, ob wir nicht unsere Nationalflagge, also die deutsche Fahne, da anzeigen lassen könnten, so wie die anderen auch. Wieder. Ich verreiß den Scheiß immer. Was ist das denn? Na, ihr lebt aber gefährlich. Der erste Mal erfolgt es. Ich sehe gar nicht, wo das... Die schöne Wiese ist da, ist die schöne Wiese. Warum verzieht der immer? Oh, der Ellbogen ist im Arsch. Warum verzieht der immer? Immer die gleiche Kacke. Merkt ihr das? Im Bunker? Ja, muss ja so... Ab und down, yo, ab und down. Stopp. Ah. Schipinski. Danke, Helga. Danke, Helga. Wie kriege ich das bloß hin? Der Daumen wackelt manchmal so. Aber mit der Maus als Steuerung komme ich nicht klar. Was ist das? Oh, er ist in ein paar Branche da. Im Wald. Mal sehen, was hier von der Pinesstraw. Oh. Oh. Und wenn... Dann auf der Daumen. Du musst das, was hier. Das war ein, das eine des Löhres. Oh, der ist doch mal. Oh, das war mir... Oh, das war mir그�ущiger. Oh. Und er ist unten, hast du da eine. Das muss das auf der Rade? Das muss das auf der Rade gehen. Ich hab mich auf der Rade hier. Ahem. aber wir haben wenigstens auch schon mal im tee habt ihr sehen drei und vier die haben doch nicht mal ein tee gehabt wir haben auch schon eins also kann das können wir gar nicht so schlecht sein 137 aber aus dem hohen gras ne oh rein wow oh Das war heiß, heisse Luft. Das hat sich aber nicht gut angehört, aber der Schlag ist okay, er wird ja wohl nicht noch. Gut, 176 Yards. Da sind so viele Bunker. Ja, das habe ich geahnt, wo er verzogen war. Ich bin der Tiger Woods für Arme. Ja. Oh. Oh. Ich habe den blöden Fahnen gar nicht gesehen. Sonst hätte ich vielleicht gar nicht so doll. Ich dachte, er war weiter hinten. Ja. 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 Ja, nun warte mal die Zeit ab. Das haben wir schon viel schlimmer gehabt. Vielleicht kommen wir noch gute Zeiten. Ja. Ja.